Wir sind heute, wie schon gesagt, bei Marie-Fee, weil wir möchten euch den David vorstellen. Es geht ihm prima hier und langsam er vergeht seine Ängste. Kerngesund ist er auch. Manu, er hat hoft Displasi und er ist bereits kastriert übrigens. Wie siehst du ihn? Ich finde, es ist ein ganz toller Hund. Er ist zwar ängstlich, wenn man mit ihm arbeitet, wird sich das aber garantiert geben. Er ist ganz lieb und brav. Er macht keine Reaktion irgendwie schnappen zu wollen. Oder er ist einfach nur vorsichtig mit seiner Hüftdysplasie. Man merkt es nicht. Er bewegt sich prima. Und du, Marie-Fee, was du dir? Ein sehr guter. Er ist sehr gut, er hat sehr gut. Er hat auch sehr gut gemacht. Er hat auch sehr verehrt. Er hat auch sehr lieb. Er hat ist ein sehr wohl, sehr gut, sehr gut mit den Hüftdysplasie. Ja, ganz brav im Rudel. Lo puedes soltar a ver cómo se mueve. Schauen wir wie er sich bewegt. Vamos, David. Ja, prima. Llamalo, Marifé. David.